Allen Parker zu der Zeit, Kapuze über den Kopf und dann durch die Wildnis da alleine gelaufen. Also eine Weile hast du auch viel mit Bettina gemacht. Und Carola ist immer zu dem Pferd im Wald. Ja, blieb ja nichts anderes. Jetzt hast du ganz viele Pferde. Auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden. Ja, also jetzt kann ich auspacken. Spannend. Was lässt es sich? Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum du das Geschenk hast. Was hier drumherum war. Man, ja. Wahrscheinlich muss ich noch aufwärts. Was für ein Glück, dass hier jetzt hier nicht irgendwelche intellektuellen Fragen... Oh. Dann war es wohl doch die letzte Schicht. Oh Mann. Und das ist die letzte Schicht? Nein, das kann man nicht sehen. Oh, mir wird es ganz anders. Echt. Nein. Das ist aber auch gleich eine Verpackung. Das ist nur die Verpackung. das ist nur die Schicht. Oh, Mensch. Das habe ich mir so gewünscht. Vielen Dank.